Und willkommen zurück bei Let's Play The Last of Us. Wir haben soeben unsere Ware bekommen, die liebe Ellie hier unten. Die aber irgendwie nicht hochkommen möchte. Ich, äh... Wo ist Army? Oh. Ich geh dann einfach mal alleine nach oben. Aha. Also, sportlicher als ich die Gute. Jetzt steht die Tür ja hier sperrängelweit offen. Jupp. 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 Nein, das ist eine erste. Was ist mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist meine Freundin, ich glaube. Sie ist eine Freundin, oder? Sie sind eine Freundin mit dem Liedern der Fireflies. Was sind Sie, wie zwölf? Sie ist meine Mutter. Und sie ist die Liedern. Und ich bin 14. Das hat nichts mit nichts zu tun. Also, wo sind deine Eltern? Wo sind sie jemanden? Sie sind eine Freundin. Sie sind eine lange, lange Zeit. Hm. Also, insofern einfach nur in der Schule zu bleiben, du entscheidest, um die Fireflies zu spüren und zu spüren, ist das das? Schau, ich muss nicht sagen, warum du mich schmuggeln möchtest. Das ist, was du ankommen hast. Du wirst nicht die beste Sache über meinen Job. Ich muss nicht wissen, warum. Ich bin ehrlich mit dir, ich gebe zwei Schäden, was du anst. Gut, gut, gut. Ja, das ist ganz schön tough für ihr, Alter. Hä? Achso, nee, ist jetzt der nächste Stock, ne? Richtig. Wollte gerade sagen, ich bin im Kreis gelaufen, aber das geht ja nicht, wenn ich Stufen laufe. Sieht man hier irgendwas? Welche Soldaten oder so? Nee. Huch. Erstmal Schläfchen. Was machst du? Was machst du? In der Zeit. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w? Ich bin sicher, dass du das herausfinde wirst. Ihr wach ist broken. Ich bin sicher. Was? Ach, der tut mir so leid. Du wachst in deinem Schlaf. Du wachst. Ich liebe schlechte Träume. Ja, ich auch. Ich bin sicher, ich bin so leid. Ich bin sicher, ich bin so leid. Warum macht das Licht denn nicht aus? Irgendwie habe ich ein komisches Gefühl bei der Sache. Da geht doch irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Ach nö, ich will da nicht raus. Guck mal, es regnet. Nee. Äh. Ja, ich Profi. Haha. So. Patrouillenroute-Karte. Ach nee. Nee. Eine Karte mit der Portion außerhalb der Zone. Safest Route to Checkpoint Charlie. Oder Charlie, ne? Ich kann das von hier aus nicht so gut lesen. Oh Gott, vergrößern, warte. Aha. Checkpoint Charlie, ja. Oh, sind wir in Berlin? In, in Hostel Camp, West Patrol, Safe, Safe, No. Was steht da? Safe Now. Ah, Safe Now. South Patrol. Ja, super. Also über die Brücke. Und dann rechts und dann links und dann rechts und dann links. Aha. Keine Ahnung, aber davon ganz viel. So, Mädels. Dann kommt mal mit. Papa weiß, wo es lang geht. Rechts, links, rechts, links. Zwei fallen lassen. Oh. Äh. Rechts. Das ist voll gruselig. Ja, Chef. Du wirst erst mal mit einem Dezenten gucken, bevor du alles aufmachst. Herzieh. Jetzt warte, da ist ein Patroler vorgelegt. Okay. Wir sind gut. Komm her. Ich habe so eine Vermutung, was es mit der Ellie auf sich hat. Aber ich verrate natürlich nichts. Super farb. Passt auf, wo ihr hintretet, heißt das. Und ich sei vorsichtig. Es ist halt hier Gemüse oder was schwimmt hier rum? Aber cool, ne? Dass das hier so rumschwimmt. Könnte ich das irgendwie nur beeinflussen? Cool. Die Lichteffekte auf dem Wasser. Und der Regen. Sehr nice. Gefällt mir sehr gut. War es da eine Patrouille? Habe ich das richtig gesehen? Das steht gut. Da steht doch einer, ne? Da steht doch einer. Hier komme ich nicht drüber. Ne, Leute. Hier ist verkehrt. Ich glaube, ich speichere mal. Wie lange nehme ich auf? Obwohl, der speichert automatisch, ne? Sollte wohl so sein. Sollte wohl so sein. Das ist Ramirez in Sektor 12. Requesting pick-up für drei Stragglers. Entstanden. Look the other way. Wir können das für uns aufhören. Shut up. Ich bin tired von der Scheiße. Mhm. Was ist die ETA? Ein paar Minuten. Ja. Warum hat sie das gemacht? Oh, sie ist positiv. Ich wusste es. Ich habe es geahnt. Sie ist das Gegenmittel. Nein. Ich will nicht. Ach, du Scheiße. Ich hätte ja gesagt, follow me. Okay. Nein, ich drücke mal die falsche Taste. Das ist die ETA. die uh ellie it's gonna be another sprint you ready sure yeah goddamit they're everywhere Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Sie müssen durchlaufen. Setz den Tritten. Scheiße. Ich sehe nichts dort. Wir sind sicher, dass sie hierher gekommen sind? Aber sonst? Ich sehe ihn. Bleib, nicht sie sehen. Komm schon, Kind. Follow Joel. Muss ich hier lang? Ich bin gerade ein bisschen... Okay, hier komme ich also auch nicht durch. Sieht der mich denn wirklich nur da, wo der leuchtet? Mir fließt voll das Wasser in den Nacken. Habe ich gar nicht gesehen. Ich speichere mal lieber jetzt ab. Ne, ein bisschen habe ich noch. An Zeit meine ich. Das war das. Ja, ich hatte das Spiel nochmal angefangen. Nochmal auf Englisch, weil ich das Intro im Englischen sehen wollte. Sehr interessant. Ich habe es auch aufgenommen, aber ohne Kommentare. Deswegen ist das ein bisschen sinnfrei, wenn ich das hochlade, oder? Ich weiß doch gar nicht, warum ich es aufgenommen habe. Guck mal, da fällt der Wasser im Nacken. So, wenn der weg leuchtet, dann... Ich sehe den gar nicht. Ach, da ist er. Leuchtet der denn so hin? Gar nicht. Lügst doch. Seid ihr noch da? Wo sind die denn? Ach, da. Da ist gar nicht viel. Ich höre ihn vor. Ah, scheiße. Scheiße. Ich geh da in Deckung. Oh, 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 Leute. Freunde der Sonne. Jetzt müssen wir das mal benutzen kurz. Ja, wie sollen wir denn an dem vorbeikommen? Ihr seid ja witzig. Also von unten sind wir gekommen, ja? Okay. Da kommen wir nicht durch. Da muss ich lang, oder? Schätze ich. Weil hier ist auch Sackgasse. Oder kommt man da durch? Ne, ich glaube nicht. Ist das wieder verkehrt? Da ist weiter. Muss man wieder halten, ne? Ja, 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 ja. Boah, wir gehen in die Hocke. Halt. Halt. Halt! Achso, okay. Du Scheiße, nein, nein, ah, 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 ah. Ach, Scheiße. Tja, jetzt hat's mich erwischt. Boing. Du kannst deine Gegner aus dem Hintergrund direkt angreifen oder einen Kampf manchmal ganz vermeiden. Ja, in der Theorie ist das alles möglich. Scheiße. Ich bin einfach zu unfähig dazu. Sagen wir's, wie es ist. Ach, du Scheiße. Ähm. Pff, Achtung. Ach, das klappt ja super, ey. Ja, schön, dass die Helme auffangen. Los, lauft. 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 Lauft, lauft. Ich renne jetzt einfach. Ist mir gerade egal. Ich bin Flüchtling. Ich muss rennen. Ich weiß gar nicht, wohin. Nicht dahin. Okay, dann hierhin. Soll ich da wirklich runter? Ich glaub, ja, ha? Ach, komm, schnell. Hier lang. Hui, 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 hui. So, hier sollten wir ja wohl sicher sein, ne? Ich. Ich. So nah. Well, at least we're out of the rain. Ei, 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 ei. How's a look? Was? Shoop. I think we can squeeze their ear. Squeeze. Lass uns da durchquetschen. Ja. In the shadow of the... Psst. Wir warten lieber noch einen Moment. Aber ich glaub, jetzt sind wir sicher. Da geht's wohl weiter. Ich guck aber erst mal hier. Äh, da geht's weiter. Wo muss ich denn hin? Äh. Es geht einmal da weiter. Und dann geht's da weiter. Wo muss ich denn jetzt hin? Sowas wie eine Map hab ich ja nicht, ne? Ne, ich hab sowas wie eine Map nicht. Artefakte, Trainingsbücher. Hm, ich hab kein Messer. Hm. Keine Ahnung. Ach, Moment mal. Was war das gerade? Ich kann nur ein Messer machen. Dann mach dir doch ein Messer. Ach so. Ja, wie cool. Ah, gut zu wissen. Ich kann mir Sachen basteln. Ich guck jetzt erst mal hier rein. Ah, hier ist eine Sackgasse. Sehr gut. Ist da was? Ne. Ja, ich bin doch schon voll dabei. Bin doch schon voll dabei. Alter Verwälter. Oh, Municione. Municione, Municione. Oh. Und das war's jetzt auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Oder auch ein Abo, um zu sehen, wie es weitergeht. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal bei Let's Play. The Last of Us. Bis dann. Tschüss. Tschüss.